Wo ist er? Lädt noch. Lädt noch! Und damit hat Murat die ersten Worte der Folge. Wuhuu! Neue Runde, neues Glück. So. Beide besetzt. Kein Krankenhaus, da zerstürme alle. Ich geh links durch die Tür. Du hast doch so ne Bombenleitung. Warum blädt er so lange, Mensch? Willkommen ein Rechner, der es nicht mitmacht. Ich hab ja kein I. Du hast die nicht weit genug geschmissen. Klar. Ne, deine war nicht weit genug, wirklich nicht. Ist doch egal. Dafür werde ich noch nicht gekillt. Bleib unten, dann nicht aufstehen. No, go, go. Oh, Granate! Scheiße. Sind die beide am Arsch? Ich komm schon, ich komm schon. Oh, da sind die, da sind die. Ich muss mich verbinden. Sorry. Die sind beide links. Am Tresen, sind die am Tresen. Ach da! Boah! Stun Grenade. Hier nix, hier nix. Aber vor mir sind ja Verbündete, da will ich nicht einfach so drauf losballern. Die sind beide tot. Warte, ich mach deine... Smoke oder was hast du da hingeschmissen? Ja. Kann man die wieder... Oh, da kommt wieder eine, da kommt wieder eine! Stun Grenade war das, glaub ich. Ah ja. Ich würd die gern wiederbeleben. Oh, super, danke! Hauptmann Schleicher oder Cobra oder der die geschmissen hat. Es war so. Der ist an der Tür! Der ist an der Tür außen. Ich kann die nicht wiederbeleben oder was? Ich kann die nicht wiederbeleben. Ich kann die nicht wiederbeleben. Nee, ne, die leben noch. Ne, hier die beiden, die hier liegen. Go Medic! Wir sind nicht wiederbeleben. Oh, scheiße! Ich bin da um. Ich kann dich nicht wiederbeleben. Dann komm, mich. Die liegen zusammen ineinander. Da gibt das nicht, siehst du. Go Medic! Nee, klar. Das ist scheiße, ich wollte wieder überleben, die beiden Penner, aber das ging nicht. Schmeiß mal einen raus dafür. Wo ist denn Morat denn? Ja, aber zu langsam. Alles auf mich. Alles auf mich. Zu langsam. Medic. Ne, der Medic. Der Medic hilft dir auch nicht mehr, ey. Da ist der noch. Der war nicht schlecht. Secure den Penner. Oh, klopp, klopp, Grenade. Ach, wie schön. Ja, ja, 100 Punkte, ey, das gibt es doch gar nicht. Viel zu wenig. Auf jeden. Geil, du hast die Fahne. Ich hab die Fahne, ich hab die Fahne. Du hast die Fahne. Du hast die Fahne. Fahne, Fahne, Fahne. Der Flamme droht mir, die Fahne. Ich hab eine Fahne, ich hab eine Fahne. Ich komm mal hinter dir her, ne? Müsste ich erst die Fahne, du bist der Fahne, Alter. Geh mal durchs Treppenhaus hier. Ich bin hinter dir. Ja, dann geh. Man könnte ja nicht beide Gleitungsstrich hier. B-Kicks, 6. Ich hab das Volk hochgeschmissen. Ja. Er ist explodiert. Ja, er ist explodiert. Oh, da kann man einen. Oh, da kann man einen, da kann man einen. Ich lebe noch, ich lebe noch. Ich muss mich eben managieren, okay. Der andere ist oben, der ist schon oben. Wir müssen hoch, wir müssen hoch. Oh. Das ist noch eine Granate, oder was hat da eine? Nee, ich hab meine gerade hochgeschmissen. Warte. Ja, das war meine. Was ist denn da rechts an, da sitzt du? Guck rechts, guck du links. Da kommt eine Granate. Scheiße. Ja, hat uns alle drei erwischt. Scheiße. Zu spät gesehen. Hm. Das ist, wenn du die lange in der Hand hältst, dann geht die auch direkt hoch. Naja, klar. Oder bei dir in der Hand. Oder bei dir in der Hand. Ist auch geil. Sollen wir einen rauswählen hier einfach? Was? Ja, mach. Ich weiß nicht, was für's geht. Weiß ich auch nicht. Bulletproof Security. Ja, danke. Jetzt tötet der mich und dann securet der mich. Der stinkt auch. Na, wenn ich gleich 3-0 steht, geht der eh der erste raus, weil die dann keinen Bock mehr haben. Ja. Da steht ja 3-0. Da hast du ja keine Chance gemacht. Na. 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 Man könnte auch Leute wiederbeleben und sie danach direkt töten. Die eigenen meinst du? Ja ja, die eigenen. Da rechnet der ja nicht mit. Secure den, Secure den. 100 Punkte Junge. Wie hast du denn? Der ist tot der Ratzerputz. Geil. Hallo. Geil. Jetzt wird er kierig, jetzt geht er gleich drauf. Meinst du? Ja. Ich würde ja eher... Ich würde ja eher... Um den Rücken herum machen, wollte ich sagen. Aber... Da kam anscheinend auch noch einer. Oh, das hätte ich nicht gemacht. Ob da ein Kill angezeigt worden ist. Achso. Ne, weiß ich nicht. Im Chat meins. Ne, oben rechts wird doch mal angezeigt, wenn du einen Platz machst. Ah, ja stimmt. Wer wen gekillt hat. Ja, ja, ich weiß, was er meint. Keine Ahnung. Boah. Steht hier in der Pflanze. Zeig's, man. Aber hat er noch gut gemacht. Hm. Oh man, da soll ein Platz frei werden jetzt. Da kann ich sein, da Murat zuguckt hier die ganze Zeit. Ne, das gehört zu. Ich geh zu. Wir brauchen Medic Murat. Medic Murat Murat. Medic Murat. Medic Murat. Ich geh rechts um diesmal. Ok. Ok, das ist der Extract. ist da vorne. Der tötet bestimmt gerade alle. Da wurde einer erschossen hier, im Gang. Ja. Ich guck mal durch die andere Tür. Ah, hab ich halt hinten links an der Tür. Ja, hab ich gesehen. Ah, scheiße, hab ich erwischt. Ich lieg in dem Raum. Wo kam der? Hinten links an der Tür. Ganz hinten links durch. Entschuldigung. Ui, da bin ich in die Granate fast rein. Kein Verwarten, aber. Äh, Smoke-Granet. Ich kann nicht sehen, ob da noch... Ja, okay. Ich seh nur Raum. Knäde. Ich seh nicht, ob der da noch liegt. Ich hab den einen auf jeden Fall wiederbelebt. Ja, hab ich gesehen. Aber kam grad ne Granate oder was? Da ist was hochgegangen. Da ist hier der Typ hier vorne gestorben. Okay, der steht noch hinten links. Ah, scheiße, hat mich schon wieder gekillt. Hinten links an der Tür ist der immer noch. Ist es noch reviver? Ne, ich bin jetzt tot. Okay. Ganz, also da an dem Gangehinde. Auf der linken Seite. Steht der. Da neigt der sich immer vor und zurück. Äh, hinter dir steht noch einer. Der schießt auch auf den. Achso. Der Torque von uns. Den hast du schon mal die Granate da rein. Das passt aber zu, ja. Hört mir! Ah, nice. Hab den erwischt, hab den erwischt. Weißt du okay? Da geht ne Granate hoch, ne? Der hat wegen uns hat einer hingewiesen. Unserer. Da ist einer, da ist einer, da ist einer! Okay. Ja, ich muss mich verbinden. Ich hab nur ein Prozent, also einfach. Scheiße, scheiße. Aber da waren zwei Mann noch. Der hat den auch revivet gerade. Ja, den revivet hättest du sofort mitnehmen können. Hm. Der hat ja nur 25 Prozent. Hm. Scheiße. Was ein Dreck, ey. Da machst du nix. Manchmal gewinnst du und manchmal verlierst du. Das ist wohl wahr. Oh, manchmal wirst du von hinten erschossen. Warte mal, wirst du von hinten erschossen. Oh, da ist immer noch kein Platz zwei. Ja eben. 160 Punkte, ey. Scheiße. 1131 Punkte. Scheiße. Eigentlich bin ich gar nicht auf. Hallo, Papa. Ich wollt noch mal oben rum gehen sonst. Ja, ich bin hinter dir. Oh, Granate schon. Kaputt! Verflucht! 30 Prozent. Bin hinter dir, bin hinter dir. Bist du tot? Ne, ne. Oh, du schmissen. Ich bin vorgegangen. Da steck dich mit einer Tür. Ich guck mal nach rechts. Seh ich mal keinen. Links ist einer, links ist einer. Wir sehen. Kommt zurück direkt, ne. Also durch nicht. Direkt wieder schießen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ist er tot? Ist er raubischt? Ja, auf jeden Fall. Aber der Papa-Boy ist ja auch gerade erst da. Da ist einer raus. Auf beiden Seiten. Ja, komm schon rein, Murat. Rein, rein, rein. Alfa, Alfa, Alfa. Dann komm noch. Ja, bravo kann ich rein. Komm bravo, ist egal. Dann kannst du jetzt mitmachen. Bravo. Genau. Jawoll. Ah, da ist er ja eben. Der Zugucken ist doch kacke. Dann lieber gegeneinander. Genau. Boah, 320 Punkte. Schau mal, der Dobeck. Schau mal, der Dobeck. Schau mal, der Dobeck. Schau mal, der Dobeck. Ja, weil der Dobeck da drauf hat. Nee, hat er nicht. Wenn der Dobeck da drauf hätte, hätte er über 15 und halb Punkte. Ich hab über 15 und halb Punkte. Ja, weit über 15 und halb Punkte. Nicht 80 mehr. Aber guck mal, der Johnson hat da drauf und der hat auch nur 3200. Ja, der braucht dafür aber 60... 14 Kits. Der braucht nur doppelt so viel wie du hast. Und ich mach damit einen kill. Du machst das nicht mit dem Kill, du machst das mit 4 Toten. Ich hab den Pappaboy. Was macht den Pappaboy jetzt, der steht da an der Wand. Ich hab hier Buddha 18 drauf. Ich hab einen in Pappaboy. Ja, da ist einer. Hab ich auch gehört. Wo ist denn Surgery? Das ist doch Operationsraum, oder? Wo ist er denn? Keine Ahnung Ich laber nur nach was du da gerade redet So, ich dachte du hattest das voll raus, oder was ist das? Da liegt er doch Danke Hier rechts da ist Surgery Wo diese Betten drin stehen mit den Vorhängen Ah ja, ja Siehste, ich kenn mich voll aus Wo ist der König, der König der Karte Ja, ich bin der König der Karte Ah, tot Da freue ich mich Herr Johnson Coming Final Minute Hello Das ist die letzte Minute für alle, die kein Englisch können Gut, dass du das sagst Ah, such es Hey, 4-0 Da gewinnt sie die Runde Du kriegst jetzt gleich zu Bei dem Sieger-Team Press ab, ich bin Ich bin auch Ich bin auch Assault-Team, grab die Flagge und geh die Extrack Over Uuuuuhhh Uuuuuhhh Be careful, wenn die Joke Ich dachte, die Joke Ich dachte, die Joke Ich dachte, die Joke Ich wollte noch ein bisschen warten Oh, ich wollte jetzt nicht bohren Okay, ich wollte jetzt nicht bohren Jetzt ist der Italy rein Und ich hab die gerade geschlissen Ich hab die gerade geschlissen Da ist Joke da Good job Wow Und dann ist das Was denn? Press 2 Revive Ich hab den, ich hab den Oh Ja, ich konnte nichts sehen Und ich hatte die Granate in der Ich wollte die gerade schmeißen Dann hab ich deren Granate kaum gesehen Die geplatzt, die Granate? Ja, meine müsste irgendwo geplatzt sein Ja, da kam doch gerade eine rein Geflogen Ne, ich hab die noch durch Ich hab die noch geschmissen Und ich weiß nicht, wo die sie geflogen ist Weil ich ja nichts gesehen hab Weil ich ja nichts gesehen hab Oh, da ist... Oh, stun Wir haben gleichzeitig Scheiße gesagt Wir sind beide gleichzeitig gestorben Das finde ich schön Ja, das war's gut Ich hab mich geflogen Ich hab mich geflogen Wir können vor, wir können vor Der hat hier alles geklärt Wir können vor, der hat hier alles geklärt Wir können vor, der hat hier alles geklärt Links rum Was? Wir können die von hinten holen Oh, Gordon Hier, Geißen, was tun? Ja, ich bin bei dir Hier ist frei Oh, dann bist du aber Ja, das war Der eine ist cool Oh Hälschi ist nicht gelöst Hälschi ist nicht gelöst Hälschi ist ein Ah, hier sind unsere Da können wir auch rein Vorsicht links in den Pflanzen da Ja Ja Weil er die Fahnen auch ist Das können sein, dass die da hängen Okay, hier ist ein kleiner Herald Okay, hier ist ein kleiner Herald Er ist camping in den Städern Er ist camping in den Städern Ich bin hinter dir Ich bin hinter dir Ich bin hinter dir Kannst du den Torben auch? Ja, ich hole den auch Ja, ich hole den auch Okay Hier sind doch Städern Ist das von Garden? Meint er hier oder was? No, Gallery Ich weiß nicht Hier ist keiner drin Ja, Gallery ist aber oben Dann ist der da drin Going down Hier oben ist Gallery, ne? Ja, ja Ich guck mal wieder nach rechts Ich guck mal wieder nach rechts Okay, du rechts durch links Ja, ist gut Rechts ist keiner Ist der da? Wie geht der Rapp? Schub ihn, schub ihn, schub ihn Ja, nice Ja, ja Ja, ja Dill du weg Oh man, wenn wir uns selber feiern Das ist am noch immer schönsten, ey Oh wie Aber wir hatten eine gute Runde Wir hatten eine gute gespielt Ich guck mal wie was tun wir jetzt mal jagen gehen, ne? Du hast 13.000 Punkte gemacht Ich hab 13.000 Punkte gemacht Oder so 15.000 gemacht Ich würd gern den Murat einfach mal hier töten Ja Lass den mal suchen und töten Ja Wo bist du Murat? Sag uns wo du hingehst Wo gehst du hin Murat? Wo bist du? Wo? Weiß der nicht No one in dark? Nee, ich geh nicht gern in dark Nee, du warst okay Du hast dann gekillt, ne? Du bist ein Arsch, weißt du ja? Hast du Murat gekillt mit der Granate? Ja, ich hab die da hingeschmissen Und der Kampf dann gerade angelaufen Boah, scheiße Warte, warte Oh, voll der Arzt Er ist da in den Pflanzen drin Oh, ne geht nicht Er ist in den Pflanzen da drin Der sitzt da Weiter rechts Nee, weiter rechts noch One more West Wing Towards Gun Durch den Stühlen Ja, 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 ja Zu spät ưng Da kommt ne Granate Boom Hier hab ich ja sogar fliegen Der Buddha ist die ganze Zeit nur im Treppenhaus, das ist egal. Eigentlich ist mein Tag jetzt schon erfolgreich gewesen, ich hab dir Murat kalt gemacht. Du bist stolz. Wenn du mal eine Granate rennst, da kann ich nichts für. Du kriegst das in den Ohren. Thanks. Du bist wieder da und dann kann ich wieder auf... Ich bin wieder da. Auf Pippe, Brunnen am Schalten. Ich will aber nicht. Thanks. Sorry, Link. Ich bin wieder tot. Upper Galerie, I think. Der ist tot der hinten am Stuhl. Murat secured. I think it's clear as I, Darkroom. Der ist oben drüber, oben drüber. Pass auf, lauf der Meiter. Someone am Nade. I got you go. Über die Dinger, spring über, der kann dich da treffen. Der kann dich da treffen. You're good to go. Was? Ich muss ja wiederbeleben. Ne, aber wenn der oben ist, dann kannst du ihn securen, ne? Oh, fuck. Ja. Hab ich noch sehen. Aber wir haben zwei ganzer Punkt gemacht. Ja, hol mal auf. Und nicht mal einen geskillt. Hahahaha. Ist das schön. Da würd ich mir Gedanken machen, wenn ich unter mir stehen würde. Da würd ich mir Gedanken machen, wenn ich unter mir stehen würde. Hahahaha. 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 Okay, erstes Ziel, einen Murat töten. Ja. Gehst du den selten, Murat? Dann schmeiß ich meine Granate da nochmal hin, warte. Ne, ich geh andersrum. Hahahaha. 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 Oh, nicht so dicht, nicht so dicht. Oh, bandagieren. Oh, bandagieren. Nice. Geh für was, Ding. I'm alone in dark, guys. Du Sniper? Ja. I'm coming. Hahahaha. Hast du denn eine Granate da eingeschmissen? Ja, da bin ich ein Gewicht. Okay. Ja, dann schmeiß ich meine nicht deswegen. Is someone working choked? Wieso hat's da Mr. Dyke erwischt? Good job. Wo ist der? Der war an der Treppe. An der Tür. Ja, weiß ich nicht. Ja, I can watch there. Oh. Hä? Auf wen schießt du? Ne, gar nicht. Schau. Oh. Ah. Ich glaub im Trippmaus ist einer. Ah. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Wunder, be sterile. In der Galerie bin ich drin. Also in der... Weiß aber nicht, ob der in der Treppe sitzt oder ob der mich von hinten gekillt hat. Der müsste mich eigentlich von hinten getötet haben. Von hinten? Weil der mich aus der Treppe glaub ich nicht raus tüten kann. Da oben in der Treppe hat aber einer geschossen. Hab ich gesehen. Das hat nur nix vorher. Ah, du bist schon wieder bled, ne? Thanks. Ja. Snipered in this spot. Ja, ich bin dir. Na gut, wenn ich gesehen habe, dass der geschossen hat. Ja, ich wollte da oben gucken. Da ist... Ich war noch nicht tot. Lass mich vor, dann kann ich revivbar bleiben. Oder mehr Chancen. Da oben in der Treppe. Da oben in der Treppe. Okay, da sehe ich keinen. Ich habe auch noch meine Granate zur Not. Ja. Ja, nur weil du schon revivest. Ja, ja, ne, ist gut. Versteht. Nice. Das wäre auch okay, können wir machen. Ja. Kann ich eine Granate reinschmeißen? Ja. Okay, hier ist noch zwei. Hier ist noch keiner. Ich sehe keinen. Oben ist aber einer. Ich habe den angezeigt, gespottet. Ja. Hier oben in der Galerie. Was ist ein Rapper? Ja. Oh, da ist er leider da. Scheiße. Ich hatte gerade die Granate ausgewählt. Der hat mir gekannt. Ah, scheiße. Ah, fuck. Der belebt mich wieder. Ja. Dann kannst du dich ja direkt revanchieren. Ah. Geht ja vorbei. Nice. Lagst du denn da noch? Ja, aber ich war ja tot. Du konntest nicht mehr, ne? Nee, ich war ja schon. Ja. Ich wollte gerade die Granate schmeißen. Als der mich da, äh, als der um die Ecke kam und ging. Ach, wir sind andersrum, ne? Hier rechts. Muvat. Muvat, wo bist du? Muvat. In der Badebüt. Oh, komm. In der Badebüt. In der Badebüt. In den Hübs. Ich glaube denn sogar, dass er in der Badebüt sorbt und das spielt. Deswegen ist das Ende auch so langsam. Da gibt es einen Gangart oder ein Smoke? Ja, ne, gerade. Da sind zwei rum, siehst du, die waren gerade gespottet. Ne, hab ich nicht gesehen. Ich weiß aber nicht, ob die da hinten im Gang waren oder hier. Pass auf, hinter dir. Könnte ich auch sein, ne? Oh, lass auf, hinter der Wand. Ne, ne, da ist ja der Durchgang, wo wir ja mal die Granaten über uns liegen lassen. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Oh ja. Verbind dich mal. Lost Darker. Or. Die Granaten auf, ne? Wir haben einen West Wing? Ja. Okay, okay, ich bin noch eine. Noch eine Granate. Nur noch 24 Prozent. Hast du die Granate geschmissen? Ich hatte meine vorher doch schon. Ach so. Ah, scheiße, der ist hinten im Gang durch. Also nicht ganz hinten durch, sondern... Mhm. Aber mitten im Gang stand der, ja. An der Ecke. An der Ecke. Scheiße, ey. Ich hab dir noch einen Kopf getroffen. Ja. 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 Ich bin hier drin. Hast du vorgelaufen? Was denn? Er hat sich rumgelehnt und hat direkt einen gekillt. Wo bist du denn? Ach, hinter dem. Okay. Ich lieg hier. Hier hat er sich rumgelehnt und hat direkt einen getötet. Ich geh mal ein bisschen vor. Ja. Und kann ich dir keine Deckung geben, okay. We need one more up and over. I don't have anyone there. Der ist hier. In dem Raum. Da genau. Die Richtung. Schmeiß da... Schmeiß da die Granate hin. Ja. Zurück gerade hin. Mommies. Wer hat die Granate geworfen? Die Sau. Ich hab den Murat gekillt. Ich hab den Murat gekillt. Bester Tag der Welt. Oh, Mann. Gut, dass du es noch gesagt hast, Murat. Ich konnte gerade noch lesen, wie ich getötet hab. Ach, Geld. Da, ganz hinten durch. Boah, ich hab dich fast... ich hab dich... Ah, der ist hinten in dem Raum. Der guckt aus der Tür raus. Ich hab dich fast abgeknallt, aber komm direkt raus, ne. Hast du gesehen, wo der war? Ja, ja, der ist da reingelaufen. Ich hab dich gesehen, aber... Genau, aus der Tür hat der raus genumpft und dann hat der mich... Ich hab einen erwischt, ich hab einen erwischt. Boah, sauber. Geiler King. Was, smoke? Oder was hast du da geschossen? Ja, ja, dass ich ihn securen kann. Ja, ich kriege die Deckung. Soweit ich was sehen kann. Oh, da sind Schätze. Okay, okay. Hat geklappt. Uiuiui. Das war knapp. Oh, wir haben mega 10 da leer geschossen, ne. Oh, das war Armageddoner hinter uns da. Haha, ich hab dich gefragt. Oh, ganz hinten links. Ganz hinten links. Ich kann nicht über die Wahrnehmung, ist vorbei. Ich hab mich gesehen. Der liegt aber, glaube ich, auf dem... Oh, da ist er noch. Oh, da ist er noch. Scheiße. Ach, sie kalt. Boah, verdammt. Ja. Wo ist das Ding? Ich hab da mal gesehen, der wird schon klar. Ich hab da mal gesehen, der wird schon klar. Ich hab da mal gesehen, der wird schon klar. Ich hab da mal gesehen, der wird schon klar. Ich hab da mal gesehen, auf welchem Platz ich bin. Ich hab da mal gesehen. Ich hab da mal gesehen. Zwei, Junge. Ich kann nicht, ich kann nicht. Zerstörer. Pulling on. Ttt. Tttt. 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 Schon hier hat keine Anzeige vom Spielstand, ne? Muss man hier wieder noch leben. Ja, aber das hieß bei den Gegnern leider nicht, ne? Ja, das meine ich ja. Wir hatten ja schon mal einmal diese Runde oder zweimal, ein paar Mal, wo oben diese Balken waren. Stimmt. Ich glaube, das ist aber nur bei 6 gegen 6. Oh, das kann auch sein. Aber da bin ich mir nicht sicher. Aber ich meine, also letztens habe ich 6 gegen 6 gespielt, da war das da. Und jetzt 12 gegen 12 ist das wieder nicht. Das kann sein, das hat zu viel zum Anzeigen. Das würde ich jetzt aber auch nicht beschwören, dass das so ist. Final Minute. Final Minute. Der letzte Minute. Johnny, wo hast du es draufgegangen? Na und? Los, lauf! Revive den, das sind 300 Punkte. Er hat fast Schuss abgefeuert. Da hinten oder hallo? Oh, der ist gerade rein gegangen. Ich wollte gerade sagen, der war doch gerade hinten im Raum, oder? Na ja, der ist gerade rein gegangen. Ich habe ihn auch gesehen. Ja, Johnson macht ihn gerade klar. Nice. Ja, ich hab. Sie sind ja nicht in der Welt blieben. Der hat mich nicht in der Welt geändert. Sie sind nicht in der Welt geändert. Sonst geht es auf. 300 Punkte hoch? Ist jemand, zufrieden, mit meinem Team war mit mir? Ja, klar. Murat, ich kann mich holen. Murat kann mit dem Torke das Team-Change Ist der noch da? Der Murat, ich höre den gar nicht. Murat, Murat, Murat. Gegner-Team. Boah, pfeift doch nicht, ey. Da freut er sich, wenn uns der Trommelfell platzt. Ja, ja nicht nur uns. Und ca. 75 Millionen YouTube-Zuschauern. Jetzt erst recht. Hast du gesehen? Ivy heute. Ja. Die hat ganz viele Namen in der Reihe mit den ganz Großen genannt. Hab ich gesehen. Und wir waren vorne weg. Du hast es aber verstanden, was ich da drauf geschrieben hab. Ja, das ist verständlich, dass wir die Großen sind. Ja, natürlich. Ich glaub, bei Ivys hast du nicht unbedingt angekommen. Ich weiß nicht. Ja. Ah. Ich guck rechts. Gibst du mir den Linksdecke? Ach, ich weiß nicht. Geh mal los. Oh, da wird geschockt, da wird geschockt. Da wird geschockt. Ah, da liegt einer, da liegt einer direkt um die Ecke. Auf dem Boden, genau da. Hinter dem Rollstuhl. Da kommt so eine Granate hin, ey. So schnell kommt der nicht weg. He's full of shit. He's full of shit. Wie tut er noch? Oh, der ist gut. He's full of shit. Yeah, get alive, mig. Boah. Boah. Was haben wir denn? Schöne Granate, ey. You shot me for a fucking wall. Was rass'n Schöne ins Haus? Geiler Trieb, ey. Was heißt nochmal, komm mal runter? Wie sagt man da nochmal schnell, ey? Calm down? Weiß ich nicht. Ja, calm down, genau. Calm down, boy. Oh, Mann. Guck mal, die kann man auch nicht, äh, doch, jetzt. Was denn? Guck mal, die lagen auf dem Haufen, da konnte er den nicht securen. Da ist der in die reingegangen, der hat sich geduckt und ist in den Haufen rein. Mhm. Also so reingeglitschen, dann konnte er die securen. Okay. Weil das eben mit dem reviven ja nicht ging. Ja, ja, klar. Das war auch richtig scheiße. Aber ich war ja schon geduckt. Vorhin. Bin ja auch da ein bisschen rumgelaufen. Hat aber nicht funktioniert mit den beiden Pallern da. Aber die, 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 äh, Kreuze waren auch nicht da, wo die Leichen waren. Ja, das stimmt. Ja, warst du? War ein bisschen buggy. Schon schon behind hier. Und sonst, ah, so. Na ja, Alter. Ja, hast du schon gemacht, geil. Ja, hast du schon gemacht, geil. Geiler Typ, Junge, geil. Geil! Da oben ist einer gestorben. 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 Und Murat lebst du noch? Haha, der war gut. Das deute ich jetzt einfach mal als Nein. Bin Kanonenfutter gewesen. Ja, so geht uns das auch. Wen guckst du dir grad an? Johnny, wer ist? Okay. Ja, ich bin bei Johnson. Da passiert gar nichts. Da passiert gar nichts. Ich bin die ganze Zeit nur auf der Stelle. Und guckt sich ne Pflanze an. Das ist total spannend. Surgery. Also, falls ihr das auch so spannend findet wie ich, wenn ihr das auch so spannend findet wie ich, dann gibt uns doch einen Daumen nach oben. Oh man. Ja, bei 100 Daumen hoch, da gibt's dann Nacktfotos von Murat. 6. Auf jeden Fall. Ey, die sind doch nicht nur 500 Daumen wert, oder? Oder Stripfotos im Krankenkanzleroutfit. Ja, ja. Und der Murat, der wurde schon öfter gefragt, ob der nicht auch modeln möchte. Der hat da nur keinen Bock zu. Das ist ihm zu stressig. Ja, der macht nur einen schönen Job. Der Murat hat ja auch Kohle ohne Ende. Ja, das auf jeden Fall. Also, eigentlich ist das ein Mann für jede Frau. Ja. Das ist richtig. Good job. Oh, könnt ihr lösen. Weg mich am Arsch. Nice. Also, wer da Interesse hat, www.murat.de Wenn ihr Pech habt, gibt's die Seite irgendwie schon und dann habt ihr ein Problem, ne? Elite Partner gibt es schon. Das ist doch diese, wo immer die Werbung kommt. Für Singles mit Niveau. Das stimmt, die guten, ne? Die guten Singles. Ja, mit Niveau. Die Akademiker. Mit Niveau. Also, richtig was für uns. Wie war denn nochmal die Seite für den Pöbel hier? Wie hieß denn das? Gesext.de. Erotik-Chat for free. No one enemy? Keine Ahnung. Oh man. Ne, da gibt's noch so ne Single-Görse für Leute ohne Niveau quasi. Ach, so ne ganz bekannte Seite. Verdammt. Komm, hier ist er. Scheiße. Oh, da ist er! Muss ich glaube, banagieren. Er ist links, links und dann hinter der Wand. Oh, da ist er immer noch scheiße. Ich hab ihn nicht gekillt. Oh, scheiße. Ah, oh Snapper. Was schock. Oh, was heißt denn diese Scheißseite? I love die. Nein, die machen auch Fernsehwerbung immer. Du hast was? Parship. Parship, ja genau. Die ist für Leute ohne Niveau. Ah. Die werben nicht. Die werben nicht damit, dass das für Leute ohne Niveau ist. Also, muss das ja ohne Niveau sein. Also, muss das ja ohne Niveau sein. Ne, wir sind ja mit Niveau. Oh, die sind die Pachter. Akademiker, ey. Ah, die wissen nicht nur, was Akademiker ist. Wir haben noch. Das ist mal wieder Akademiker. Tim Wargarden. Nach Zeit. Und was meinst du die Weiber, die sich da anmelden? Das sind doch alles nur welche, die reiche Typen wollen. Ja. Oder Akademikerin, die keiner will. Oder sowas. Aber die finden da auch keinen dann. Ne. Außer Typen, die nix in der Birne haben und da einfach nur ne reiche Frau abgrasen wollen. Ja. Aber dann ist sie nachher gar nicht reich. Stell dir das mal vor. Ist sie nachher irgendwie, weiß ich nicht, Physikdozentin. Stell dir das mal vor. Und hat irgendwie, verdient irgendwie zwei Riesen im Monat oder so. Das ist doch scheiße. Also ein Drittel von dem, was wir kriegen, meinst du? So? Ja. So wie die Merkel, bevor die Bundeskanzlerin geworden ist. Sie hat auch mal mit Physik gemacht. Das stimmt. Die wird auch heute noch hinter der Mauer, wenn sie nicht Bundeskanzlerin wollen. Oder in die Physik gegangen wäre generell. Das stimmt. Das stimmt. Du findest auch Magie stark. Du findest uns ja so die B B B B. Ich glaub, da ist die B B B B. Oder, äh, Chivalry Midihaven Warfare! Das könnte man so sagen. Das könnte man so sagen. Copy. Ich geh wieder rechts. No. Murat! Murat, du musst jetzt links gehen. Da komm wir auf dieselbe Seite! Warum? 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 Damit wir einen Kill kriegen. Was scheiße. We need people up there. Greco, you're coming up with me. Okay. Good. Ich guck dir die Bilder an, das sind so Wasserfälle, oder? Was ist das? Flashing. Ich guck dir die Bilder an, das sind so Wasserfälle, oder? Ich guck dir die Bilder an. Ich guck dir die Bilder an. Da ist schon mal. Ich guck dir den. Da steht noch einer. Ach Scheiße. Woberechtig. Wie geht der Mama durch? Er kam, ich glaube ich weg. Oh, da ist einer derska function in KnoÁ steht. Hast du ihn erwischt? Nee, er ist in Gang durch. Oh, da ist eine Granate. Was, istsa down? Wie ok rum! Ich hab da noch drauf geschmissen Das lass dir nicht, lass dir das wiederbelegen Ah, scheiße Ich hab doch nicht mal irgendwas gesehen, ey, da war ich Guck ich mir Johnny Wears an Jetzt belebt die doch wieder, das sind vier Leute Pass revive, Johnny, Johnny, come on, thank you Link, you scared the shit out of me Enemy spotted Ich bin Deckung, man, die Weisen Good job, guys, den Tag Sauber, ich bin mit vier Leute Anstatt einer sind es vier, das ist geil Und getötet Nur weil er in den Medikirieren wollte Da hat's den Moor wohl schon wieder zerrissen Ja, ich hab den noch zerrissen Hatt's auf mich ab, ist die Sau Also war er ja wieder belebt Der wurde, nee, der wurde secured Ich hab jemanden secured Du hast mich abgeknallt Ach, du wastert, da hab ich dir grad zugeguckt Ja, hast du dir zugeguckt Das war's Du, 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 du Du, du Du, du, du Oh, da, ach, du Du, du, du Du, 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 du Du, du Ja, wo, stell dich dann in die Ecke Das ist ein guter Platz Da hat man mit dem Geschehen nichts tun Das ist super Skulls von den Enemies Oh, der Dörberg, das ist nicht gesuckt hin, ja. Ja, ja. Gewinnen wir jetzt, oder? Ja, auf jeden Fall gewinnen wir jetzt. Da ist bloß nicht. Vorsicht, nicht! Nicht! Wo ist die Flagge? Ich kippe die Deckung geradeaus. Grenade, move out! Ist der Kürz ist gut. Ah, schutz, da ist einer, da ist einmal rum. Die Sniper ist schockt, Omni. Oh mein Gott! Immer wenn ich die Scheißronate ziehe. Dann lass doch einfach weg! Ja, aber das ist doch, äh... ... eine gute Methode, um den zu töten. Was ist denn da? Kann ja keiner ahnen, dass der um die Ecke kommt. Ah, der Ghost hat sich die Flagge genommen. Der ist zerkürt mich, ey, das gibt's ja gar nicht. Wat? Oh, und mich auch. Die Drecksau. Also, das gibt noch, hat noch Nachspiel, das sag ich dir. Leider können wir beim Ghost nicht zugucken. Und nicht zu Töten. Lalalalalalalala. Wenn der jetzt noch die Fahne nach Hause bringt, ne? Dann ist aber die Hürde groß hier. Da ist er auch aufmerksam. Ja, genau. Der erklärt das jetzt alleine, das wäre super. Ja, ja, ich bin schon tot. Vielleicht ist ein Wastring. Oh, doch, das ist anywhere. Pappkunkchen hab ich ja dir geholt. War aber eine gute Runde für dich, ne? 1000 Punkte hast du gemacht, oder? Ja, Baby, yeah! Ja, aber nicht. Alle Leute secured, und ich freu mich nicht. Ja, ich bin nicht. Ich räume halt aus. Ich brauche einen Matic! Ich bin hier daneben! Ja, ich bin hier daneben! Oh! Bruder ist der letzte. Oh, komm. Da hat's ihn aber schon wieder zerrissen. Naja, wir haben verloren. Wir sind mal live dabei. Mit Bruder18. Ach, scheiße, ey. 7 zu 6. Noch ein Matchball. Matchball! 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 Ich brauche mal einen Bäckerhecht. Ich brauche nur einen Graf bearschen. Und für die Jüngeren, die nicht wissen, wer Bäcker und Graf sind, google doch mal danach. Tennis, Bäcker, Graf. Nur so als Tipp. Besenkammer. Und nicht Petergraf. Das ist... Oder wie hieß es hier? Petergraf? Ne, die Besenkammer. Also mit der Besenkammer findet er schon den richtigen. Besen... Ja, da findet man den Bäcker auf jeden Fall. Und dann gucken wir uns an, wie der stirbt. Oh ne, ganz. Bist du schon kaputt? Ne, ne. Ich stehe hinter dir. So. Enemy contact. So. Thank you. Oh. Oh. Links wird geschossen. Oh, links, 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 links. Scheiße. Da hast du da durchgerannt. Ja, hab ich nicht gesehen. Der schlägt in der Ecke noch, glaub ich leider. Ich lieg da rechts noch. Da müsste noch einer sein. Bist du noch am Leben? Ne, ich bin... Ich bin... Aber ich kann doch wieder... Oh, Scheiße. Oh. Fuck. Enemy contact. Enemy contact. Buh. Der Ghost hat sich da selber in die Luft gesprengt, ne? Yep. Wer? Der Murat? Ja. Professionell. Geil. Ich... Ich wollte mal wissen, wie lange kann ich eine Granate halten, wenn es Schiff gezogen ist. Ja, muss man ja auch wissen, ne? Nicht lang. Ich glaub, du wirst wiederbelebt, ne? Ja, ich bin wieder lang. Kannst du mich holen? Ja, du holst mich sehr gut. Der Trick... TC Reso. Boah. Kommt mir ein Ekel und Nagel direkt zwei Leute weg. Oh, dich auch und mich auch. Ja, mich hat der direkt erwischt nach dem TC Reso da. Quasi durch den Durch... Ich steig jetzt an Dartklimm. Was'n Pimmel. Ich krieg dir in die Decke, Mann. Genau. Scheiße, gleich die 7-7, ey. Mann, Mann, Mann. Das verlieren wir noch. Oh, Scheiße. Warte, die 2.000 Punkte. Bibi! Applaus, Applaus! Hoffentlich war dann auch ein Applaus. Das sagt mir... Das sagt mir, dass du tot bist. Applaus mit der Fleischpeitsche. Geconnt ist geconnt. Hier ist mein Duplo. So... Du-du-du-du.* Komm, ist hier ja alles abgesperrt. Da hat alles letztes Mal schon mit attorney gesperrt. Da musst du's jetzt mal fertig sein ... Wie lang arbeiten die denn da dran? Der Greco ist gar nicht schlecht, ne? Den hab ich auch grad drauf. Ja, das hab ich gesehen. Das hab ich mir gedacht. Jetzt ist er tot. Oh, 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 die bringen die Fahrer nacheim. Oh, shit. Was hab ich gesagt, ey? Jibiii! Let's win this. Der Typ jetzt noch auf die Fresse. Komm mal zu uns rüber, Murat. Wir können das Team tauschen. Geht. Jetzt fein ich. Jetzt will er gewinnen. Team, you're on defense. Defend the flag and block extract. Die Matchballrunde. Naja, die letzte. Die müssen wir jetzt rocken, ne? Ich will, ich trau mir eigentlich nicht nach vorne zu. I'm nading. Down. Jansen. Yes, yes, okay. Okay. Ach, da ist schon einer. Da war noch ne Granate grad, okay. Ja, aber von rechts, nicht von geradeaus. Da ist gut. War das Granate oder was? Ja, da kam, da kam ein Zeug. Da kam eine. Naja, die ist. Da muss immer geplatzt sein. Aber ich hab meine reingeschmissen, da kam noch ne andere. Da kam noch eine. Washer, du washer. Ah, scheiße. Ah, scheiße. One more, two. Where? Look out, grenade! Drag out! West Wing. Oh, scheiße. Volle Granate. We're going, West Wing. We're going. We're going. We're going. Den hast du erwischt. Das war der, der mich platt gemacht hat. Den hab ich erwischt, oder? Ich flage ihn, West Wing. Oh. Oh, da hab ich einer. Irgendeiner hat mich erwischt. Oh, mich auch schon wieder. Nee, ich bin nicht reviver. Kacke. Das dreckige Supergirl. Da sind wir diese STFU-Typen auch, ne? Hä? Diese STFU. Ja. Super-G. Die haben wir doch schon gespielt. Ah ja, deine Freundin ist da, ne? Supergirl. So, die führte die Tor. So, die bei passen. Die Kielse? Was ist der? Die flankier war drin. Oh, doch. Ey, einer der war. Kral doch, bist du hier auf's, ey? Showpoint. Was drin da? Die flankier ist da. Der flankier kommt wieder. Wir verlieren da. Wir verlieren da. Da gibt es noch was. Hey, das gehört nicht, ich hab noch mehr. Tja. Ob er ne Overtrano ist. Eko auch schon wieder tot. ist nur noch Butter da Bruder liegt in den Pflanzen aber schmiert sich ein Butterbrot Butterbrot, ey, du bist so scheiße! Das wird doch naheliegend! Jibiii! Ah fuck, ich kriegte Kriegt der Bruder zweiter Spuckte Watteschein Ich habe Butter, ich habe Butter Und mit diesem Sieg von Murat sag ich dann auch Danke fürs Zuschauen Bis zur nächsten Folge Tschüss! Tschö!